Zeyn al-Haj Nehmen Sie ihm die Hatschellen ab. Er soll näher kommen. Weißt du, warum du hier bist? Ja, klar. Und? Ich will meine Eltern verklagen. Sie haben mich auf die Welt gebracht. Sie haben mich auf die Welt gebracht. Sie haben mich auf die Welt gebracht. Sie haben mich auf die Welt gebracht.